Aber Ruhe, Schätze. Ja, ich verstehe, ich verstehe die... Warte mal, warum kann ich auch so? Äh, erstmal schleichen. Alter, haben wir lange nicht mehr gespielt jetzt über die Feiertag. Oder immer wieder reinkommen hier. Ja, das ist ja auch schon über drei Wochen, glaube ich. Ernsthaft hat nicht mehr Pheromon gestank. Ich liebe diese Nachricht. Der Schnee stinkt nicht mehr. Und jetzt kann man hier eigentlich eine Video-Sequenz... Ja, ja, ja. Da kam doch die Diskussion um die Truhe. Wir gucken nur ganz kurz mal rein. Oh, ich feier es. Ich feier es jedes Mal. Ey, das wäre so geil, wenn du in die Truhe gucken könntest. Einfach nur reingucken. Und dann da die richtig dicksten Gegenstände drin sind. Und wenn du dann was nimmst, kommen die Feinde. Und wenn du dann danach dir irgendwas rausnimmst, zerfällt das einfach zur Asche. Wie waren die Vorbereitungen dafür? Also eigentlich, wenn wir das anwählen, kommen ja rechts und links die Dinger. Also müssten wir die eigentlich hier im Eingang bekämpfen. Das heißt, einer von euch zwei nahe kämpfen. Ja, ich habe das meiste im Movement. Also, warte, aber bitte noch nicht. Äh, warte, dann gehe ich auch nochmal einen Step nach hinten. Weil ich sollte eigentlich auch eher hinten bleiben, glaube ich. Okay, also wir wollen 100 pro diese Kiste haben. Alles klar, ich verstehe. Ja, also okay. Ich frage mich gerade, ob die Elementare 100% auf uns gehen. Oder ob, wenn Cookie ihren Elementar nach vorne schickt, ob die erstmal auf den Elementar gehen. Ja, solange ich die Konzentration nicht verliere, ist das ja alles super. Aber wenn ich die Konzentration wieder verliere, weil ich down gehe oder so, dann haut der uns wieder. Ja, weil man könnte sonst ja überlegen, den Elementar vorne zu beschwören. Ja. Wie gesagt, äh, solange ich die Konzentration nicht verliere, ist alles super. Okay. Dann schlägst du dich eben ganz hinten hin. Ja, das habe ich ja jetzt schon gemacht. Ich hänge ja mit Maugrim ganz hinten hin. Kannst du noch ein Stück zurückgehen? Weil ich würde gerne hier vorne im Eingang dann diese Windwand machen. Und wir lassen ihn dann rankommen. Warte mal zurück. Ja, das ist halt die Frage. Du musst halt gut würfeln. Hm? Dass du schnell dran bist. Ah. Ach so. Warte mal, ich gucke mal nochmal, was ist die Windwand? Erzeugt eine Wand aus Wind, die Schaden verursacht, Kreaturen, Objekte wegstößt und Nebel und Gase auflöst. Die macht, steht hier, wie viel Schaden die macht? Die macht 3W8-Schaden. Kannst du die Kasten, wenn ich durch bin? Ja, können wir machen. Wenn die langsam genug herkommen, dann können wir das machen. Dann kann Cookie aber gerne nochmal ein kleines Stück zurückgehen. Aber das kann sie sonst auch im Kampf. Aber sie könnte überlegen, ob sie sonst den Elementar jetzt schon beschwört, bevor du die Kiste berührst. Dann verlieren wir keinen Zug dafür. Ich bin jetzt mal bis an den Eingang zurück. Ja. So. Dann müsste er ja jetzt dann so ungefähr... Oder nicht? Ja, das musste passen. So, jetzt kannst du nur gerne da dein Elementar hinhauen und den vielleicht schon mal nach vorne bewegen. Ach so, jetzt schon den Elementar beschworen? Okay. Der hat ja ein paar Minuten. Weil der Elementar beschworen ist, klicke ich die Kiste an. Warte mal, wo ist der denn? Oh Gott. Irgendwo bei Zau. Ja, aber ich glaube, der war unter... Ah, genau. Äh, der war unter Anrufung. Ähm, Erde, Feuer, Luft. Was hatten wir gemacht? Ich glaube, Luft war ganz witzig. Ich weiß nicht mehr, was am stärksten war. Feuer? Also wirklich, ich kämpfe auf jeden Fall gegen Erde und Luft. Hm? Wollen wir so ein Feuer elementar nehmen? Ja. Ich glaube, der hat am meisten Leben, aber ich bin mir nicht sicher. Äh, ja. Ich glaube, das war der mit dem Meisten. Ja, ja, das war der Feuer und deswegen haben wir nachher so das Maul bekommen, weil wir dann an den Brand gesteckt wurden, weil er gegen uns war. Ja. Okay, ja, dann nehmen wir Feuer. Äh, dann wohin soll ich den packen? Pack den, pack den hier hin, du und du müsstest den moven können. Dann kannst du ihn noch ein Stück zu Snow bewegen. Kann ich ihn so ganz kurz an Snow dran, aber dann reicht's. Oh, ja, dann mach ihn hier, dann mach ihn hier hin. Aber ein bisschen rechts, damit Snow an dem einfach vorbeilatschen kann. Ja, okay, hier. Ja, dann kannst du... Ja, dann kannst du... Sobald er beschworen ist. Äh, ist er in Arbeit? Sollte kommen. So, Snow, du kannst. Activate. Yes. Äh, die sind noch nicht im Kampf. Bewegt mich zu uns, Snow, bitte. Schafft das. Was meinst du, was ich mach? Mein Elementar als Deckung. Okay. Äh, ich schick den Elementar dann direkt an einen ran und... Ja, warte, ich mach ihn kaputt. Ich mach die Windwand. Ja, ich warte, bis Mocom die Windwand durch hat. Pack den mal da hin, so. Äh, warte, so und so. Und go. Und go. Okay. Ich... Fuck den. Äh, okay, warum kann ich den... Warum kann ich den denn jetzt nicht... Du musst ihn extra anwählen, glaube ich. Ja, du links... Anwählen? Hast du den links in der Liste oder so? Ansonsten hau ich einen Guiding-Bowl auf den Elementar. Ja, komm, hau drauf. Du musst, äh, musst was draufhauen. Gut, meine Innenstädte war trotzdem relativ gut. Okay. So, auf dem haben wir jetzt Advantage für den nächsten Angriff. Okay. Ja, dann let's go, fernkampf. Yeah. Ich bin da immer noch versteckt. Haha. Ich bin da nicht alle noch versteckt, außer der Elementar. Äh, ja. Dann ist der auf jeden Fall das erste Ziel. Ja. Oh, wenn die sich jetzt gleich alle um den Elementar sammeln, der ist ein Muul gegen Feuerschaden. Oh, ja. Ja. 102 Leben hat er, okay. Ja, die, die gehen jetzt erstmal auf meinen Arm. So, Cookie kann. Äh, ja. Du darfst halt nur nichts machen, was deine Konzentration kaputt macht, sonst sind wir im Arsch. Ja. Ja, also Standardzauber, die müssten eigentlich ohne. Ja. Du darfst nur nichts machen, das Konzentration fordern, ansonsten kannst du alles machen. Ja, ich glaub, die, äh, Standardzauber sind ohne Konzentration. Ja, ja, er, er sagt's dir auch. Wenn du einen Zauber versuchst, äh, der Konzentration braucht, sagt dir der halt auch. Ich glaub, da hast du irgendwas im Weg, kannst du den, ah, ne, noch nicht gut, perfekt. Na, ich, 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 ich nehm jetzt mal die ersten zwei hier vorne, weil die sind am neuesten liegend und die könnten uns noch eher wehtun. Okay, Zug beenden. Ansonsten würde ich sagen, ich bleib da hinten, wo ich bin, damit ich ja nicht downgehe und die Konzentration verliere. Die kommen früher oder später hier zu uns, das ist safe. Ja, 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 ja. Ach, lol. Blockprojektile, ne? Der, der, äh, Wind. Meine Windwandblockprojektile. Hm. Ähm. Hä, aber meine Dinger sind voll durchgeflogen. Ja, dann ist ja auch Magie. Magic. Ich hab jetzt... Okay, gut, ja, dann, äh... Baugräm hat sich selber aus dem Kampf genommen. Ja, das ist aber okay, das ist alles, wir spielen ja auf Zeit, also ist das in Ordnung. Solange ich die Konzentration halten kann, ist alles in Ordnung. Weil sobald die einen von uns entdecken, kommt irgendwas 100 pro hergeflogen. Ja, ja, der Cookie ist ja aufgedeckt. Äh, auja. Okay, aber die haben richtig Bock auf den. Ja, das ist ja auch... Das ist auch gut. Der ist als nächstes auch dran. So, der kann jetzt einen hauen, der kann gerne den Erd-Elementar hauen. Ja. Auf den sollte er immer noch einen Vorteil haben. Ja, so nicht. Kann er noch mal? Ähm, sollte er eigentlich? Oh, Mann, er würfelt scheiße. Ja, gut, die kommen jetzt alle zu ihm, dann kannst du auch gleich Spaß mit Feuerwählen. Oh, ja. Ja. Die gehen jetzt alle auf. Please, please, let me have that moment. Die würfel nur nicht zu gewürfen, sonst man ihnen zu viel schaden. Äh. Oh, der kommt jetzt auch her. Na, der Vorteil ist, die machen ja alle Wucht-Damage und er so resistet, also kriegt er schon nur noch halben Schaden immer jedes Mal. Ey, geh doch nicht da dran, du Tapp. Die schaffen das nicht. Äh, die gehen jetzt alle auf den einen. Die haben nicht genug Movement. Äh, der noch? Ja, aber wir haben sie jetzt eigentlich fast alle auf einem Fleck, deswegen. Das ist eigentlich super für Kamsau. Yes. Wenn der jetzt mal was weit knallt, müssen wir sie eigentlich kriegen. Ja. Kamsau. Wenn du möchtest, oder du wartest noch einen Zug, aber dann wird es eng mit seinem Leben. Hm. Ich glaube, den nächsten Zug überlebt der Feuer-Elemental, sonst 200 Pro nicht. Ja. Aber das ist in Ordnung, dann kann er wenigstens uns nicht mehr angreifen. Ich glaube, wenn er fliegt, dann erwischt es auch nicht. Guck mal. Ist ja eigentlich so ein Kreis-Ding, ne? Ja. Oh, Junge. Das war ordentlich, vor allem auf den Luft-Elemental. Ja. Ich bin entdeckt, ne? Ja, das ist okay, wenn einer rankommt, kann ich wenigstens auf den Schieß. Ja, wenn einer rankommt, wäre aber cool. Hast du Fankampf? Naja, du hast ja höchstens Armbrust, wa? Naja. Mit der wirst du nicht schießen. Doch, auf den Luft-Elemental vielleicht. Ist der hoch genug? Das ist halt eine scheiß Windbahn. Ja, aber vielleicht ist sie nicht hoch genug, dass man rüber hinweg schießen kann. Ich glaube, den Feuer-Elemental holen sie jetzt ein bisschen zu klauen. Ja, aber so, wenn sie auf den gehen, sind sie von uns abgelenkt. Oh. Aber du kannst jetzt gerne... Ah, okay. Ich glaube, dem Wind-Elemental ist die Windwand egal. Ja, das ist richtig. Das macht doch nichts. Der hat ja auch gut Schaden genommen. Aber Cookie kann gerne nochmal Dinger hier verteilen. Hatte ich auch vor... Guck der Zeit. Ich hätte jetzt auf den da vorne nochmal einen draufgeknallt. Ja, auf alles, die du reinbekommst am besten. Ja, einfach drauf. Einer hat, glaube ich, widerstanden. So, darf ich jetzt? Immer noch nicht. Fickt die Hände. Echt nicht? Aber in der Wand steht, ne? Er steht eigentlich vorne drin. Ich meine, wir vielleicht noch müssten einen Schritt zurückgehen oder so. Ja, könnt ihr vielleicht gleich nochmal. Der Rest kommt eh noch zu uns, keine Sorge. Ja. Ja, ihr könntet sonst vielleicht einen Schritt zurückgehen, wenn es die Möglichkeit gibt. Und dann können wir... Ja, aber dafür müsste der Tod sein. Ja, jetzt kriegt er noch Petunit. Ja, ja. Ich weiß. Ich mach mal den. Im Moment ist er erstmal bedroht. Wir haben einen Fairkampfangriff vorbereitet. Was ist bei dir? Hör doch mal, ob du gut so willst, denn ihr habt keine Elementare. Das ist gut. So ist besser. Jetzt kann der Feuer elementar nochmal den Erdelementar hauen. Ja. Hoffentlich. Die anderen beiden Erdelementare sollten in dieser Runde rankommen. Ja. Geht doch. Der brennt vor allem. Oh Mann. Scheiße. Hättest du den anderen hauen sollen, dass der auch brennt. Ich hab keine Steuerung da drauf. Achso. Stimmt. Der macht das ja alleine. Ja, ja. Der läuft autogesteuert. Ich hab da keinen Einfluss drauf, was der treibt. Hm. Das ist ja nicht der Hammer. Nee. Stimmt. Kommst du. Dann könntest du den Hammer noch ins Runde schicken. Ja. Kommst du. Noch mal Feuerball. Oder nochmal ein Feuerball. Ja, noch sind da drei Ziele. Noch macht der Feuerball. Obwohl, warte mal. Wenn er überlebt. Die anderen kommen da jetzt auch ran. Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist die Stapel. Ja, wenn er überlebt. Das ist nicht gut. Obwohl, doch. Schafft wird eng, aber. Au. Ja, doch. Der Erdelementar wird es nicht schaffen. Der kommt ran. Ja, dann kannst du nochmal. Ich wollte gerade sagen, du kannst auch nochmal einmal leben. Die stehen da so super. Also, ich sag's dir am Ende ist da bestimmt übelst der Dreck in der Truhe. Ja, absolut. Ja. Aber Hauptsache, wir haben reingeguckt. Komm schon, weich aus. Oh, ne 20. Oh, fuck off. Und der moved noch, oder? Nee. Er stirbt theatralisch. Nee, ich meine der andere, der Elementar. Nee. Nein, tut er nicht. Das ist gut. So, ich hab noch einen Level 5 Slot über. Oh, Junge. Warte, wie viel... Das ist... Ja, ja. Level 5 Bits, ne? Wenn die meisten bei uns dran sind, werde ich die Luftmauer fallen lassen und uns ein bisschen Verstärkung holen. Oh, Junge. Oh, ja. Nice. Der eine ist tot, der Elementar, der verbrennt. Oh, mein Gott. Die haben aber auch alle gefehlt. Das ist so sexy. Okay, gut. Er hat aber richtig gefehlt. Er hat aber richtig gefehlt. Ernsthaft, picken sie. Und ziehen sie sich zurück, bitte. Ja, jetzt kann ich einen Schritt zurück gehen. Ja. Das reicht schon, denke ich mal. Müssen wir nur auf Erkampf aufpassen. So. Und kann Cookie nochmal gleich Zauber verteilen. Ja. Frage, welchen soll ich schon machen? Ja. Mach die... Wenn du auch irgendwas mit AROE hast, kannst du das mal da reinhauen. Ja, oder halt auf die, die noch nicht... Du hast doch den Knall, oder nicht? Stimmt. Hast du den... Äh... Zerbersten habe ich. Ja. Ja. Ja, mitten rein. Versuch das mal, dass du da möglichst viele rein kriegst. Oder musst du dafür näher ran. Ey, das geht. Sollte genug reich weiter. Ja, ich gucke gerade nur... Ja, zwei Stück kriege ich nicht, egal wie ich... Ja, ist okay. Ja, dann... Das war ja, der Rest ist schon mal... Machst du rechts, die 3 da. Wo dein Luft elementar mit bei ist. Ja. Ich würde sagen, von 5 schon mal 3 kriegen, ist schon mal sehr gut. Oh, hoff zwischen. Hä, warum geht's jetzt nicht? Ist keine Sicht? Wegen der... Nee. Ja, ich glaube, ich muss ein Stück ran, oder? Äh. Das war scheiße, das ist eigentlich nicht das, was ich will. Vielleicht nur so schräg einmal rüber. Ja, sonst... Im schlimmsten Fall mach einfach Fluch der Zeit auf die Boys. Ja. Und heb dir das auf, bis sie gleich alle rankommen. Die stehen gleich wieder alle nebeneinander. Ich kriege ja die... Also, ich hoffe, ich kriege die. Das weiß ich jetzt halt nicht so 100% genau. Ich glaube, tatsächlich ist Fluch der Zeit gerade besser. Ach so, ja, warte mal. Ja, stimmt, du kannst ja auch wieder ein Stück nach vorne gehen. Dein Feuerelementar ist ja tot. Die Angst ist ja gebannt. Also kannst du ein Stück nach vorne gehen, klar. Nur nicht zu dicht an die Wand. Nicht, dass sie dich angreifen. Ich kann nicht mögen. Ja, ich hätte jetzt auch nur diesen kleinen Satz gemacht und geguckt. Ja, probier. Guck, guck, ob's geht. Den theoretisch stehen. Und es kann sein, dass ich den vielleicht sogar... Oh, mit hol. Ich probier's. Oh, Hannah. Oh, das war gut. Alle Flucht der Zeit. 54 Schaden. Ja. Der hat nämlich seinen Rettungswurf nicht geschafft. Ja, Maulkrim, vorbereiten. Tja, was soll ich dazu sagen, ne? Ich hab die ersten zwei Runden auch nichts anderes gemacht, wie Angriff vorbereiten. Aber warte mal, dann geh ich aber dafür mal auf den Blitzfeil. Nein. Oh, den interessiert das auch nicht. So eine Kacke, aber egal. Bitte eins. Ja, gut, dann kann ich gleich den Zauber fallen lassen. Sie könnten einfach sterben. Das sieht so wenig in der Leiste... Ne, doch, der Stipp, wenn er dran ist. Ja. Alter. Oh, die machen so gut Schaden, ey. Ja. Aber ist egal, ich hol uns gleich ein bisschen Verstärkung, die dann hoffentlich ein bisschen den Schaden abfangen. So, beschwerst du bitte deine Wulfis? Ich weiß noch nicht, vielleicht noch die Spenden. Die machen zwar weniger Schaden, aber das ist ein Mehr. Alter. Jetzt kommen die doch alle hierher. So viel zur Luft wird. Ja, die wirkt scheinbar gegen Elementare nicht. Jetzt haben wir es auch gelernt. Wobei, warte mal. Ne. Ne, bock dir nicht. Komm so, ich weiß, die stehen echt alle dicht zusammen. Nein. Ja, weiß nicht. Wir stehen auch alle dicht zusammen, also. Der hinten, der stirbt, der vor... Anders, ja, mal kurz... ...stirbt, auf jeden Fall. Fuck off. Fuck off. Eigentlich müsste es dich... You're dead. Eigentlich sollte es dich nicht... Es... Hol lieber einen Bonk auf Stufe 4. Wait a second. Weißt du, was mir gerade klar wird? Weißt du, was richtig dreckig wird? Wenn jedes Mal Gegner spawnen, wenn man die Kiste anwählt. Eigentlich sollte es dich nicht treffen. Das habe ich schon öfter gehört. Moment, 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 Moment. Menü. Speichern. Der vierte Versuch. We are fucked. Tell me when you're done. Das Spiel wurde gespeichert. Okay, let's go. Oh, bring ich mit um. Oh, nee. Sehr gut. Keine Einwände. Das hat mal funktioniert. Das ist ein guter Pyro, man. Das kann ich, glaube ich, so einmal tot pieken, hoffe ich. Ja, ja. Dann kriegst du tot, würde ich behaupten. Ja. Yes. So, und dann, wir hatten hier noch, glaube ich, geh rüber zum Luft Elementar. Ja, der, der, der kommt mir nämlich gerade. Dann gehe ich da hin. Dann kriege ich da nämlich meinen hinterhältigen Angriff drauf. Der, oh, der hat es gar nicht verderbtes Klingen bekommen. Was macht das? Töte gerne den vor dir. Ja, das war der Frat. Der hat 5H-Bad. Das ist ja nur ein Nachteil, aber. Naja, bringen rum, was weg ist das weg. Ja, das war mein Frat eigentlich so. Ja, nee, der stirbt, aber der ist tot. Der ist sowas für tot in der Planes. So, wir ändern jetzt mal hier so ein bisschen was. Machst du denn immer weg, dass du auch mal schießen darfst? Ja. Nachdem wir festgestellt haben, noch die vier Viecher durch sind, dass sie nichts bringt. Sight. Aber absolute Props gehen wir wieder raus. Dann kamst du aus Feuerball. In alter Manier. Nipp was am Ort Feuer. Solche Dinge sind, weswegen ich sagen muss, Erika besser als Magier. Aber Magier kann aber auch. Ja, aber der Magier, wenn was ihm zu nahe kommt, hat er keine dicke Rüstung und Schild an. Ja, gut. Klar. Komm eigentlich auf mich. 1, nice. Ja, mach tot. Keine Ahnung, du hast wahrscheinlich was anziehen, das Schnee. Wird doch was ausziehen, das. Wenn er dir an die Wäsche geht, wahrscheinlich, ja. Sehr gut, den kannst du jetzt. Ah, nee, da kam es los. Ja, das haben wir doch souveräne gemeistert. Ja, warum das Spiel taktikbasiert ist. Wir haben einen Angriff gefressen, nachdem wir am Anfang eradicated wurden. Also das war doch sehr gut gemeistert. Oh, Smaragd, nice. So, jetzt will ich wissen, was in dieser Kiste ist. Da habe ich erst Pfeile neu stecken, ich habe zwar nicht viel verschossen, aber nah war das drin. Der meiste Zwerg. Magnificent Shield. Ich glaube, den muss ich mal identifizieren, warte mal. Äh, ja, warte, ich gebe ihn dir. Ja. Hab ich überhaupt nur Platz versucht? Ja, doch. Das ist ein Lichtwall. Er fordert Einklang, plus 1 auf RK, Licht nach Belieben, Tageslicht alle... 1 Tag wirken, plus 2 auf DRK. Okay. Ich gebe den dir mal. Ganz überlegen. Musst ja eh einklingen lassen. Ja, momentaner... Das ist ein kleiner Schild. Ah. Ich habe momentan einen normal großen, der hatte auch den Plus-1-Bonus, hat dann aber am Ende 3 AC. Schauber sind cool. Ich meine, Licht kann ich sowieso übernehmen, ich will, Carsten uns... Naja, Daylight wäre vielleicht cool, wenn wir wieder auf so ein Vampir stoßen. Ja, mal gucken. Kannst du ja, mit dem kannst du ja immer noch überlegen. Ich hoffe mal, dass wir hier jetzt nicht auf ein Vampir stoßen. Äh, achso, wollen wir gleich nochmal alle lange Rast machen und... Ja, könnten wir machen, wa? Ist es... Na ja, es ist möglich, dass das nicht der Bossfight war. Das war ja... Das war ja... Das war ja... Das war ja optional. Ja, äh... Ich glaube, das war wieder eine dieser Prüfungen. Äh, ich... Ich... Kommst du auch mit? Ich hätte jetzt gesagt, wir nutzen die Gunst der Stunde und gehen uns mal schnell regenerieren, damit wir wieder ready for rumble sind. So, Feuerfall. Bang, bang. Ihr habt bereits eine Rangelast. Ja, die Klappe, wir können wieder. Pause ist nie verkehrt. Ich wette, wir kriegen ja am Ende auch einen Schnellreisepunkt. So, ja. Okay. Pfeile brauche ich eigentlich nicht. Ah, kommst du alles auf dem... Naja, noch auf dem Thron. Ganz kurz weg. Der Boy. Seine Postum-Leutigkeit droht gerade. Ich wollte mal noch nach deiner Zustimmung fragen, Keks, ob es dir recht wäre, wenn wir bei dir die zwei Attribute mal noch einmal umscramblen. Äh, ja, können wir gerne machen, wenn das irgendwie geht. Ja, muss Snow mit Mod machen. Ja. Muss ich wieder kurz eine Mod runterladen, aktivieren. Dann brauchen wir eine lange Rast in der Nähe und dann kann ich die zwei Attribute umscramblen. Ja, klar. So, wie er das mit seinem Charakter gemacht hat. Ja. Man, das... Muss ich mir nur einmal aufschreiben, was du alles hattest, wo die ganzen Punkte waren. Das ist voll traurig. Ich hatte so ein lustiges Meme gefunden mit, wenn du nicht glücklich bist mit deiner Klassenwahl. Das wollte ich Snow eigentlich schicken wegen Bader. Der ist einfach nur broken hier drin. Ich hab heute auch einen Haufen Bader. Ich fand das... Ich muss halt sagen, so gesehen wäre der ja nicht verkehrt, wenn halt die ganze Scheiße nicht nur außerhalb des Kampfes zauberbar wäre. Näää. Das ist halt die Kacke gewesen. Die ganzen Unterstützungs-Sachen kannst du halt im Kampf nicht verwenden. Ja. Mamu, I come to bargain. Findet einen Ausweg. Naja. Magst du ne Straightforward-Quest? Äh, ja. Warum kann ich denn jetzt den Bildschirm nicht weiter... Was denn? Irgendwas hat sich bei mir... Ich hab keine Ahnung. Ich häng grad im Bildschirm fest. Hallo. In welchem Bildschirm? Ah, jetzt geht's wieder. Ich konnte meinen Bildschirm nicht weiterbewegen, dass ich weiterlaufen kann. Keine Ahnung warum. Ah, hängst du an der Wand fest. Wahrscheinlich. Current Objective. Survive. So, auf hier. Okay, oh Gott. Warte, schleichen. Das ist ein sehr guter Punkt. Äh. Eigentlich nur Drecken oder sowas. Das Gold auf dem... Ja, das Drachenhort, oder? Ja. Grüner Drache. Aber warte mal, grün war doch schwach, oder? Ja, gut, dass wir was geklaut haben. Ja, gut, dass wir was geklaut haben. Ähm. Nein. Oh, endlich haben wir uns nicht durchgelabert. Oder? Ja. Ja. Dafür müssen wir uns jetzt mit einem Drachen machen. Äh. Ach, oh, ich dachte, wir sind auch alle... Schade, nein. Ich dachte, wir sind alle unentwickelt. Aber du könntest... Ach, nee. Er darf anfangen. Jetzt kommt der Feuerball. Ich seh's. Äh. Nee, hä? Grüne Drachen machen kein Feuer, die machen Gift. Aber was hat er denn gerade gemacht? Hm. Gute Frage. Er hat geschrien. Er hat gebrüllt. Er hat seinen Wut. So, ich scherbe mich mal. Dieser Drache scheint der meiste... By the way, gut, dass wir nochmal eine lange Rast gemacht haben. ...der Beschwörung des Arkaneums des Alten Reichs zu sein. Alles klar. Das Alte Reich hatte scheinbar was mit Drachen, oder? Ach, quatsch. Ja, kommst du... Kommst du nah genug ran, oder? Ich bin direkt vor ihm. Achso, meinst du, die Windwand hilft gegen Drachen? Nein. Das probieren wir jetzt. Die Windwand hat mich traurig gemacht. Just... Just... Ich frag nur, du für eine Freund. Hm. Was meint die? Ist der besonders weise? Ich weiß nicht mehr, wie das war. Irgendwelche Drachen waren dumm, waren das nicht braune? Weiß. Weiß? Okay. Aber die waren halt dumm, im Sinne von Intelligenz. Wenn irgendeiner das Neverwinter als Einzelplay geguckt hat, fühlt er sich gerade an Dinge erinnert. Kampflos Abhandlungen zu Drachen. Yes. Mal kurz hier. Warte, was, was, Neverwinter warst du in Bronze, ne? Na, wir hatten verschiedene. Ja. Ach, stimmt. Ich meine, ich könnte jetzt Hold Monster versuchen, da wird er paralysiert, bis er den Save schafft. Bei der Ding ist Save erstmal verkackt. Gut, aber ist wieder ein Legacy-Gegner, ne? Der kriegt wieder Extraaktionen. Ja, das stimmt auch wieder. Äh... Ich bin für Bonk für mehr Aua. Nee, nee, nee. Drache hat, glaube ich, nur Bonk, also... Bonk klingt gut. Vielleicht fehlt ihm ja eine Schuppe und wir können eine Lanze reinstecken. Oh nein, ich komme nicht ganz ran. Ich wollte gerade sagen, du stehst nämlich nicht ganz davor. Da fehlt so ein... So ein Feld. Also, wahrscheinlich wirklich ein Feld. Meinst du, der fliegt? Ja, der fliegt sich. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Äh... Ready Action. Meli Attack. Äh... Ach, fuck, ich darf... Ja, wenn du readiest, beendest du deinen Zug. Ja. Ähm... So, aber... Komm, wir gehen dir mal richtig auf den Sack. Mach mal. Mach das nicht ruhig wütend. Aber die fangen dann wenigstens einen Angriff hoffentlich ab. Außer es ist ein AOE und der macht alle gleichzeitig weg. Ja, gut. Dann ist wenigstens meine Konzentration gone. Schönen guten Tag, Herr von und zu. Ich würde sie einmal piken. Pings? Oh, zwanzig. Ähm. What? Hä? I'm the God? Siebzehn Leben? Was? Ah! Hä? 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 Was? Wunderbar was? Warum all of this? Warum die Trappe? Warum die Fights? Nicht vergessen, wie. Dieses Gemfragment resonates with the Crown. Aber, apparently the Gemfragment was split. To protect it, maybe? That would explain the traps and monsters. It's one way to make sure this Gemfragment is safe. But what does it mean? That another Master survived the Cataclysm. Someone who doesn't like visitors. Das war wieder nur so ein scheiß Abbild, wa? Wenn er nur 17 Leben hat, ja, zu einfach, so hieß ja auch die, heißt auch die Unterhaltung. Hä? Oh. Hä? Hast du interagiert mit dem Ding? Ja. Ja, ist okay. Ach, jetzt kommt wieder Erinnerung. Ja, wahrscheinlich. Oder doch nicht. Willkommen im tollen Schachbrett. Willkommen im tollen Schachbrett.